Ihre Bürocomputer sind ständigen Angriffen von Hackern, Viren und Spyware ausgesetzt. Ihre IT-Mitarbeiter tun in diesem Kampf ihr Bestes, aber trotz aller Bemühungen lassen sich die Angreifer nicht endgültig abwehren. Sie brauchen also Verstärkung. Sie brauchen die mehrschichtige Sicherheit von Theronics. Das mehrschichtige Sicherheitssystem schützt Ihren Computer auf drei Ebenen. Stufe 1. Theronics Antivirus, mit dem erkennbar schädliche Eindringlinge wie Viren, Hürmer und Trojaner gestoppt werden. Sollte es einigen getarnten Angreifern gelingen, hier durchzukommen, kommt Stufe 2 zur Anwendung. Theronics Anti-Executable, das nur zugelassene Programme durchlässt und alles andere, wie zum Beispiel gezielte Angriffe, Zero-Day-Attacken und mutierte Viren abwirft. Und falls es ein Angreifer dennoch schafft, die Stufen 1 und 2 zu überwinden, trifft er auf Stufe 3. Theronics Deep Freeze. Deep Freeze ist im Prinzip eine Rückstelltaste. Wenn Sie diese betätigen, werden alle noch vorhandenen Eindringlinge durch Deep Freeze endgültig zerstört und der Normalzustand Ihres Computers in Sekundenschnelle wiederhergestellt. Das mehrschichtige Sicherheitssystem ist ein wichtiger Partner für Ihre IT-Mitarbeiter, um den Kampf gegen feindselige Angriffe zu gewinnen. Sparen Sie Zeit bei der Instandhaltung Ihrer Computer und kümmern Sie sich mehr um beschäftige Dinge. Holen Sie sich das mehrschichtige Sicherheitssystem von Theronics. Der Albtraum aller Schadprogramme. Auf Wiedersehen.